Ja, äh, 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 äh... Tavi, Taral, die Poste, Star. Melvin, du kriegst vielleicht so eine frohe Smart. Ja. Ja, Tarrox. Ich lad hier mein Jetpack auf. Äh, ich brauch das nicht. Ich hab nicht mein Angel Ring dabei, Melvin. Warum nicht? Weil ich dank meiner Rüstung fliegen kann. Hm, ich nicht. Ich bin das guter Halsch. Vor allem. Ich bin genauso schnell wie du jetzt mit dem Jetpack, äh, mit der Rüstung. Tarri, Tarra, die Poste, Star. Boah, ey, ich, ganz ehrlich, ja, ne? Ja, das, die Tarrox, der geht auch. Was ist das denn? Ich mach das. Wir gehen jetzt alle zusammen in den... Puh, mach das ja schon hier. Ganz einfach. Kann man die nicht upgraden? Hatter. Hallo. Hi. Ab ins Siebtjahr, komm. Ja, hallo? Äh, linksklick. Ne, rechtsklick. Rechtsklick. Ah. Ich hab gedacht, wir haben mit da reingekautet. Oh, das seid ihr. Boah, das ist nicht wirklich so hässlich. Ich dachte grad ernsthaft, hier wären halt Mobs gewesen. Warte mal, kann man, kann man, kann man, kann man, kann man diese Chance Cubes irgendwie nicht, äh... Da drüben. Nein, kannst du nicht. Oh. Oh, hier sind so viele Mobs. Die kannst du leider nicht verbessern. Oh, ne Compressed Spider. Jikes. 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 Äh, was ist das? Ein Progressive? Also meine Rüstung ist so... No Prousties. Stone. Was zur Hölle? Meine Rüstung ist so schlecht. Ich hab vier Herzen nur noch. Ja, da flieg erst mal in die Höhe. Ja, mach ich grad. Das ist ja... Achso, was ist das? Äh, das ist ja gar nicht. Ernjong. Jetzt mach ich mal die Maske wieder auf. Hier, Teil! Du hast Fackeln mitgenommen, oder? Ihr habt allgemein Fackeln mitgenommen, oder? Äh, Fackeln? Ja, zum Ausleuchten, damit keine Mobs mehr spawnen? Was für Fackeln? Ich hab keine Fackeln. Ernsthaft? Ach, deine Sorge. Du hast schon meinen Lucky Block. Vor allem die Erze hab ich alle schon. Hä, wer hat denn hier runtergebaut? Lol, warte! Disco Ball? Hä? Oh no, da unten ist Disco. Rot. Die sind Emeralds. Ein Emeralds. Ey, Ike! Du Arsch! Ey, der hat nur 0 durability der Bogen. Was hat der? Power 5 Punch 3 Flame 2. Oh mein Gott. Die mit den Google Heiß. Aua, aua! Die sind witzig. Oder die mach ich zuletzt, die sind witzig. Äh, witzig. Aua! Ey, ich sterb hier gleich! Hast du was zu essen dabei? Ja, mein Eier! Deine Eier! Deine Eier! Ja, was soll ich sonst dazu sagen? Healthy! Weißt du, was mir da reinfällt, Nelvin? Was denn? Healthy! Oh, 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 oh! Äh, das ist ein Scherz. Der hat schon fast alles an Blöcken hier abgebaut. Mit seiner Query. Ich will auch Marble haben, hallo? Der hat da hinten ein ganzes Dings runtergebuddelt. Bis zum Grundstamm. Der hat eine Query aufgebaut. Die ist hier. Was soll? Was ist? Nein, Pickles. Warum? Mr. Pickles. Ja. Ja, was? Nein, Moment. Komm mal her! Pickles! Ihr habt eine Kuh gespawnt. Ja. Pickles. Oh, guck mal, wie süß der ist hier! Oh! Guck mal! Das wollte ich nicht. Wie glaubst du jetzt, wie ich da runterkomme? Ähm, ähm, ähm... Auf meine Sachen hol. Hast du einen Eimer? Was? Wer soll ich... Doch, ich hab nur Eimer. Ja, dann... Mach Water MLG! Tatsächlich hab ich nen Wassereimer sogar. Mach Water MLG! Kann ich Slash Spawn machen, bitte? Oh Gott, ja. Soll ich Water MLG machen? Ja! Ich schaff das, ich schaff das, komm. Wenn nicht, dann hab ich noch... Dann macht die sieben Eimer übrig. Los! Du schaffst das! Melvin? Äh! Bring ne Kiste mit! Ne Kiste? Ich hab deine Sachen im Inventar. Och Mann! Und ich hab nen Book of Memes! Ich hab... Ich hab... Was heißt... Eimer nochmal? Guck mal, guck mal hier. Kommt was runtergeflogen. Ein Buch für dich. Na, was? Kiste! Kiste! Wohin? Einfach hinstellen! Was? Oh, den Bogen... Das ist Tyrox's eine... Jetzt muss ich grad selber gucken. Ey, Melvin, schaffst du es so weit zu springen? Wo? Es hat sich verwandelt. Was hat sich verwandelt? Wie kommt es? Nein, also da war vorher eine Wasserquelle und die hat sich in eine Lavaquelle verwandelt. Und da habe ich gefragt, ob ich da rein springen. Oh, wollte es. Die Lavaquelle, hier ist keine Lava. Giga Miner, Giga Miner, oh yeah. Der ist ein Lava, Sandwich. Irgendwas wurde ich verpasst. Melvin, Tyrox, hier, ich schmeiße dein Bogen rund ans Loch. Da, wo du dich eingegraben hast. Ja, ja. Ob ich mich eingeben? Ich will eigentlich Marble haben. Ich brauche, was brauche ich eigentlich hier kurz weg? Ja. Okay. Brauche ich hier diesen Diamonds, Eisen und sowas, aber was brauche ich davon? Nichts eigentlich. Ne, das hast du ja alles. Ich bin hauptsächlich hier wegen den Blöcken gerade. Oh, das sind Pilze. Ekelhaftes Zeug. Ah! Seht ihr was? Ja. Jetzt sehe ich oh wieder was. Hier ist irgendein Mob gespawnt. Ich hatte gerade komplette Dunkelheit. Ich folge dir mal. Tyrox, was hast du gemacht? Ja, hier ist. Ich war hier, wollte gerade ab. Schon wieder. Hä? Hier ist aber... Das kann doch hier nicht so dunkel sein. Ich verstehe gerade mich. Ach, wahrscheinlich ein Skelett. Ne, ne, flieg mal weiter ins Dunkle. Okay. Ich sehe noch alles. Leum, ich habe jetzt mehrfach versucht so ein Vieh anzugreifen. Ne, ich sehe noch alles. Das seht ihr dann, wenn die Folge irgendwann mal rauskommt. Hä? Jetzt ist es auch bei mir. Ja, siehst du? Ach, ich bin nicht schämt. Nein, nein, nein. Das hat mega Schaden gemacht. Ja, bei dir, bei mir nicht. Oh, da war so eine Hand. Ich habe mir so eine Hand aufgetaucht vorm Bildschirm. Cool. Das war so eine lila Hand. Das ist komisch. Ja. War ein bisschen Kuro. Oh, boah, da ist das. Irgend so ein Mob ist das. Ich weiß nicht welcher. Ja. Na klar. Was soll's? Was mache ich überhaupt? Das frage ich mich auch. Flieg durch die Gegend. Ja, farm doch ein paar Erze. Ach, Erze. Blöcke hier. Marble zum Beispiel oder Limestone. Aber wofür brauche ich Marble? Schon wieder die Hand. Das ist ein weißer Block halt. Hier ist einfach ein bisschen Shadow. Oh, ähm, ich müsste vielleicht mal Dings machen. Oh, jetzt habe ich Ossona gehabt. Schon wieder dieser Wichser. Ich seh grad, ich seh grad gar nicht. Jetzt. Gesundheit. Danke. Oh, hier ist ja schon Grundstein. Was ist denn hier passiert? Da ist, hat sich der Dings runter gegraben. Hä? Ach du Halle. Der hat eine Query aufgesetzt. Die farbt das alles automatisch. Ich habe gesagt, der soll uns auch noch was übrig lassen. Ja. Ja, hat er nicht. Hä? Oh no. Ne, du musst jetzt so richtig weit flattern, um wenigstens an ein bisschen was zu kommen. Das kotzt mich auch ein bisschen an. So viel braucht der doch gar nicht. Ja, deswegen. Ich habe gerade noch 26 Marble. Der hat alles Marble wirklich weggefahren. Nicht nur Marble, der hat hier alles rausgeholt. Auch den Stein und alles. Hm. Aber warum? Warum braucht man so viel Zeug davon? Keine Ahnung. Da war schon wieder Arschloch. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist hier die ganze Zeit. Aua. 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 Bis auf Erze kannst du hier gerade nicht wirklich irgendwas fahren. Aua. Ist ein bisschen shit. Aber ich kann ja dann davon Pflanzen herstellen, d.h. ich brauche auch noch Limestone. Wow, 5 Stück. Oh mein Gott, das hat jetzt hoffentlich keiner gehört. Oh nein, wie schlimm. Draußen fährt ernsthaft ein kranker Mann. Wenn ich aufnehme. Hier ist so ein Frosch. Hier ist ein Monsterfrosch. Wo bist du? Der hat mich attackiert und dann ist alles schwarz geworden. Monsterfrosch oder so ein schwarzes Teil? Ja, das war so ein schwarzes Teil mit weißen Zähnen oder so. Das ist das, was mich auch immer die ganze Zeit angreift. Deswegen sehe ich ja nichts mehr. Ich kann es doch irgendwie nicht hitten. Ne, das ist irgendwie ein Special Monster von mir hier. Ja, ja. Der hat mich auch gerade gehittet, der Arsch. Du kriegst halt erst einmal Nightwish und noch irgendwas. Irgendwie nur da, wo dunkel ist. Aber du ganz ehrlich, ich hole jetzt auch gleich meine Chance Cubes. Und dann öffne ich die in der nächsten Folge hier drinnen. Oh, ich will auch Chance Cubes öffnen. Du hast ja keine, aber ich kann dir gerne welche abgeben. Kann ich die nicht machen? Kannst du dir auch herstellen, klar. Wenn du die Ressourcen dazu hast. Also so viel Lapis? Oh, ich denke schon. Ähm. Ähm. Bauxigohr. Was kriege ich denn da raus? Irgendwas komisches. Ja, genug Lapis habe ich. Ähm. Ich würde gerne noch ein paar Blöcke hier haben. Bevor ich gehe. Toll, wo ist meine Werk? Deine Werkbank ist alles im ME. Du kannst die Lapis Blöcke direkt im ME craften und die Chance Cubes. Jaaa. Aber du, ich nehme einen Chance Cub Scanner mit. Das steht fest. Damit ich sehe, ob es... Warum denn? Da... Warte. Da sehe ich, ob das Gute oder Schlechte sind. Pfff. Jaaa. Oh, verdammt. Ich muss kurz warten. Dann habe ich wieder Neid... Dings. Neid bisschen. Da ist dieser... Das ist ein Gro. Ja, ja. Alter, der hat... Der hat 20 Scherzen. Der macht mir keinen Schaden, aber ich dem auch nie. Arschloch. Ich habe zu viele Lapis Blöcke gemacht. So, ich komme jetzt auch kurz zurück. Und in der nächsten Folge werde ich dann Chance Cubes öffnen. Hey, ich mache mit. Jaaa. Erst einmal schneide ich die rein und dann gibt es irgendeine Baufolge wieder bei mir. Wenn ich die Pflanzen soweit hergestellt habe. Ich mache richtig viele Chance Cubes. Ich habe jetzt mal achten, ich habe 137 schon immer. M-E. Oh. So, da ist der Chance Cubes Scanner. Und... Mehr brauche ich ja erstmal nicht. Dann beende ich jetzt die Folge.